Jetzt weiß ich was 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 kaputt gegangen ist was sind die Blaupau der Blaupau aus dem Schrank Oh nein von der Blaupau der Blaupau sind weg Oh sorry ja das ist kein Problem das war nicht keiner aufsichtbar ich krieg ihn fest der macht er nicht aufsichtbar du kommst aber raus er ist ja jetzt es ist trotzdem ärgerlich ich verstehe ganz prinzipiell ja so ein bisschen ich mache jetzt hier hinter zum Beispiel gerade in die Tür rein wo der Bio vorhin hängen geblieben ist weil sonst hat er keinen Sinn ich baue die Betten diesmal oben ja ist glaube ich besser ich wollte er ja noch eine Etage drauf gebaut haben hier so frei nach dem Motto auch so ein bisschen viel vielleicht noch zwei Etagen drauf ich weiß es noch nicht lass mal Steine sammeln gehen lass mal ein nix weglegen oh ne echt jetzt gar gut bräuchte mich Siegau ist siegau ist siegau ist siegau packer Ich bin manchmal nicht dämlich, aber... Manche Sachen verstehe ich hier manchmal nicht. Ah ja, Lackierpistole. Was? L-Lackierpistole. Etagenbetten. Das ist die Tierinruhe. Die werden nicht lackiert. Ich hab schon Airbrushen lassen. Warum fliegt mein Dino jetzt schon wieder? Machen die dann ab und zu, oder was? Eigentlich nicht, ne. Dann hat die Fähre wahrscheinlich gedrückt. Gar nix gedrückt! Was? Nur Fleisch rein getan. Ganz normal. Wenn ich noch Fleisch hatte, wenn du gesagt hast, dann tu bitte rein. Die flog jetzt warum auch immer. Hä? Warum ist denn jetzt hier werdet nicht angegangen? Das weiß ich nicht. Der Bio wird gerade gerammelt von dem... Von dem Dodo. Ja. Hinter dir. Ah, da ist der Schwank. Genau. Rühtet der gerade? Oder steht der? Steht die Küste einfach nur... sehr doof. Ich find, äh, vom Gewicht her, äh, sind unsere Kühlschränke schon relativ gut geworden. Ja, ne? Na toll, jetzt seh ich nix. Das ist nicht wahrscheinlich eine dunkle Fähre. Ist aber nur ne Vermutung. Also diese grauen Bären brauchen wir nicht, Fähre. Die kannst du immer wegschmeißen. Die grauen. Diese Stimmbären, oder wie die heißen. Ich hab den Namen gerade wieder vergessen. Jaja, Stimmbären. Stimmbären, genau. Die brauchen wir eigentlich nicht. Die machen ja nur immer Durst. Die brauchst du, glaub ich, aber nachher für irgendwas. Ja, aber da... Du kriegst ja auch jedes Mal. Hä, die kannst du jetzt auch schon benutzen. Die machen dich halt durstig, aber... Und dass die benutzen, damit deine Bewusstlosigkeit wieder weg geht. Echt? Achso. Aber... Eigentlich sind wir ja weniger bewusstlos, meistens. Ja, so würde ich sie immer fressen, ne Fähre? Ja. Hm... Fand ich nicht gut. Blödkopf. Blödkopf. Fähre fand er, glaub ich, jetzt nicht so lustig. Boah, ist halt dunkel, ey. Wenn ich bedenke, dass YouTube das noch voll mega runterrendert. Das Spiel ist generell, find ich auch, dass das ein bisschen zu dunkel ist, doch? Ja. Ich müsste jetzt gleich mal in den Optionen gucken, wo ich halt heller drehe. Ich glaub, das geht gar nicht. Ich glaub, das kannst du gar nicht heller machen. Ich hab's nämlich auch schon irgendwie... geguckt. Weil mir das echt zu dunkel ist. Ja, ich seh das hier auch nicht. Ich glaub, hier gibt's keine Helligkeit. Wahrscheinlich die heißt dann anders. Nicht Helligkeit, sondern... Woll, 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 woll. Das ist ne andere. Ja, Gamache steht hier auch nicht. Achso. Ja, genau. Das wär jetzt genau das, was ich gedacht hätte. Das wär jetzt genau das, was ich gedacht hätte. Ja, ey. Komm mal denn da hin? Die Dunkelheit. Ja, das stimmt. Die Dunkelheit. Ja, das stimmt. Also, jeder spielt echt... Oh, es blitzt. Da bist du grad am Fliegen. Da bist du grad am Fliegen. Da bist du grad am Fliegen. Oh, hier ist die Brücke. Bin ich vollgegeflogen. Das ist... Siehst du grad am Fliegen bei der Dunkelheit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Raptor. Da stehst du auf der Brücke von dem Raptor von hinten. Du lückst dich grad noch ein bisschen Ausdauer dafür, um wegzufliegen. Wäre das so toll gewesen jetzt so, ne? Nee, das wär echt nicht. Nein, Papagei. Weißt du zum... Was passiert eigentlich, wenn die Ausdauer zu Ende ist, stürzt er ab? Der schmeißt dich dann runter. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich an den drankommen. Oh Gott. Landet der nicht irgendwann? Piranha, hau ab. Landet der nicht irgendwann? Nee, ich glaub nicht. Oh Gott, warte. Ich muss mal eben hier die Piranhas. Gott. Hopponamme. Irgendwie geht das aber mit dem Pfeifen, dann folgt der dir. Aua, jetzt... Ja, Pfeifen war glaub ich, äh... B, ne? Ich glaub B. Ich glaub B war Pfeifen. Nee, hier spreche ich nur. Echt? Echt? Echt auf jeden Fall nur. Oder N? War N Pfeifen? Ich hab da auf jeden Fall gesehen, dass ich einmal gepfiffen hab. Ach, deswegen ist mir wahrscheinlich auch ein Kühlhaus gefolgt. Oder Y. Ja, ich pfeife aber... Interessiert den nicht oder was? Nö. Guck ihn an und pfeif. Ruhig. Schrei ihn an. Ja, ich komm an ihm nicht mehr dran. Äh, geh noch mal ein paar... Ein bisschen... Ja, nicht unbedingt so weit weg, aber ein paar Schritte weg. Ich bin da dann... Was? Nö. Nicht nicht? Nö. Komm sie gar nicht mehr an den Rand? Nein. Nö. 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 Ah, bringt dir jetzt auch nichts, äh... Oh, äh... Ach, wir haben ja noch keinen Sättel. Ich wollte gerade sagen, dann nimm doch den... Mein und flieg den... Ich bin jetzt... Ich bin... Ich komm eh nicht mehr zurück, ohne... Ich nicht! Ich will das auf jeden Fall nicht mehr überleben. Nein. Um Gottes Willen. Mann, wie soll ich denn die holen? Wie viel Rohren haben wir noch? Nicht so viel, ne? Ich könnte jetzt zwölf Stück geben, mehr hab ich nicht. Und 15 oder 16 Stück sind denn im anderen, aber... Das bringt ja auch nicht wirklich viel an. Wie viel brauchen wir denn? 75, glaub ich. Glaub das aber noch vier. 131 Schittin drin. In der einen Kiste. Überbrauchen wir denn jetzt Schittin oder ein Horn? Beides. Kannst du beide verwenden. Ja. Äh... Äh... Neue Piranhas. Neue Piranhas. Kannst du nicht? Ich stammer mich auskommen. Sie hat fertig! 121 Schicksals. Danach immer noch bis zum Sun. Sie ein Verstellerふst Philippe. Sie würden es mit dem Schulzunthin essen gerutschen. Und vorらerin 25 Euro anmelden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gut das ist so gut die ist zu wenig die jetzt er ist im Moment zu gehen die übte war hat er mehr gegessen die Führerselung und Strohgruppen Prozent mit dem Sammel nicht dass ich wüsste Also, uns wichtig geben. Kloppt das, Bio? Jetzt schon, solange nichts kommt, was mich töten möchte. Alles klar, wir kommen. Wir sind schon auf dem Weg. Nein, bitte nicht. Geht weg. Biotom. Biotom? Nein, war jetzt Biotom. Achso, ich dachte, ich hätte den Biotom gesagt. Vielleicht auch so ein Biotom. Vielleicht sollen wir mal eben gleich losgehen und... Töten, töten, töten. Genau. Wie viel brauchen wir eigentlich von dem Zeugs? Immer noch 75. 75? Ja. Viel zu viel. Also, wir können sammeln. Entweder von den Insekten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wir haben die Insekten, glaube ich, nicht ganz so ohne. Geht. Die kleinen Insekten, schon. Ich habe vorhin sogar noch eine Skorpion erledigt. Okay. Die müssen wir jetzt nicht erledigen, aber ich meine jetzt die kleinen Insekten. Das war auch nur durch Zufall, der ich den gesehen hatte. Ähm, wenn nicht mal eben, haben wir noch irgendwo Holz und so? Ähm, ja, Kiste Nummer 2, glaube ich, oder so. Oder 3. Nötig ein Fundament in der... Äh, übrigens. Was denn? Ja, ich brauche 400 noch was Stein, dann kann ich für drinnen eine Feuerstelle bauen. Oh, mein Gott. Was denn? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was denn? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwas. Und ich stunte mich die ganze Zeit. Hä? Aua. Oh mein Gott, was ist das? Ein Baryonyx. Bin tot. Alles klar. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich erstmal pennen. Bro. Alter, was war das? Also mein Viech ist jetzt für immer weg. Hat er dich einfach so gekillt, oder was? Ja. Ähm. Ja, mein eigenes Viech nicht. Ne, 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 ne. Sie ist... Die hat man da gefunden, also. Ja, das kam auf einmal irgendwo her, hat mich gestunnt erst 30 Mal. Obwohl ich irgendwo ganz hoch oben stand. Ja, standard, oder? Und der war unter mir irgendwo. Ähm. Hat mich dann durch meine Plattform durchgetötet. Ah, ja, ist halt kacke. Ja, ist halt so... Zum Kotzen. Äh, Herr Do, ich meinte nicht ein Lagerfeuer. Ich meinte ein richtiges Innenfeuer. Ja, richtigen... Ne, kann... Ha? So ein Steinofen. Genau, den habe ich auch, genau. Ja, hast du den schon gebaut? Feuerstelle aus... Ne, warum auch unbüglich brauchen wir den ja nicht. Sondern nicht das hausfertig. Hab ja schon lange gelernt. Feuerstelle. Brauchst du dafür nicht Zement? Nein. Nein. Muss ich jetzt richtig... Feuerstein, Holz, Stein und Stromwasser für den. Das ist eine Feuerstelle aus Steinstruktur. Ein gemütliches Kamin wärmt erhält. Äh, 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 enthält einen großen Bereich. Äh, erhält einen großen Bereich. Also, mein Flugtier ist weg. Geh mal, du brauchst nicht mehr, bitte? Ja, dafür müsstest du ja erstmal da hinkommen. Und erstmal wissen, wo das ist. Ja, wo dann schon... Blöde, ich geh auf Jagd. Ich hole dir jetzt. Also, ich hole mir jetzt einen Sattel und dann... Ja, du würdest dir dieses Kreatin holen, ne? Ich bin ja schon unterwegs. Ja, wartest du mal. Ich hab gesagt, ich muss mal eben meinen... Was musst du? Was muss ich denn sagen? Nicht lernen. Oh, mein Schwert ist vor allen Dingen weg. Wenn ich jetzt wüsste, was ist das Essen? Du sollst mal mitnehmen. Kommen wir da zu Fuß hin, Bio? Nein. Warum nicht? Ich wurde unterwegs von einem Raptor angegriffen. Ich wurde unterwegs von einem Baryonyx angegriffen. Und am Ende wurde ich von einem Baryonyx getötet. Also, wenn du da zu Fuß hinlaufen möchtest... Wir schicken Fevo? Ne. Ähm, was ist das für ein komisches Viech da? Das sieht aus wie so ein Vogel. Das hat Krallen. Das hat... Was ist das? Und einen Schnabel hat das. Es tötet. Meinen sie... Glaube ich. Draufschießen... Oh, oh. Draufschießen nicht gut, oder was? Wo denn? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Am Strand bin ich. Hat voll die Riesenkrallen irgendwie. Ich hab jetzt kein einziges Reittier mehr. Echt nicht? Ne. Ich hab ja... Mein Para ist tot. Mein Flugsauger ist verschollen. Ähm... Ja, 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 nein, nein, ich bin auch tot. Ach, den hast du angegriffen? Nein, ich bin dran vorbeigelaufen. Ja, von dem wurden wir doch schon mal getötet. Ja, ich hab's jetzt auch, als er näher war, äh, kam, äh, wusste ich auch Bescheid. Scheiße, wie komm ich denn jetzt an meine Sachen dran? Oh, wie ärgerlich. Äh, wo bin ich gespawnt? Ah, da, ich dachte gerade, äh. Irgendwie konnte ich mein Bett jetzt gar nicht auswählen. Komisch. Weiß nicht mal, wo du liegst. Vorne an am Strand. Ja, ich bin da, aber ich seh dich nicht. Hat er mich gefressen? Ich seh das Vieh, aber ich seh dich nicht. Das ist schlecht. Du bist erschöpft, so ruhig kurz aus. Ah, da bist du. Hast du mich gewunden? Oh. Ja. Und sogar gelootet. Ich komm zurück. Warum greift der dich denn nicht an? Weil du ganz nah an die Viecher rangehen musst. Ach so. So, äh, das hier brauchst du nicht, das hier brauchst du auch nicht. Warte, das ist, ja, das ist dieser Abstand. Ja, das so. 82. Ja, das ist ja süßes. Nee, das nicht, deswegen frag ich, ob es sich nicht lohnt, den zu plätten, aber wenn der Level 82 hat, wirst du den ja nicht platt kriegen. Hilfe, hör, hör, ich nimm kein Ende. Ja, nimm doch deine alte Ausrüstung wieder. Ach, du hast doch schon wieder. Nee, ich hab doch, ich hab doch Leder. Äh, das hier, das hier, das hier. Ach so, und das hier ist dein Helm. Entschuldigung, es sah aus wie ein Brillen-Skin. Was hier, hier ist noch eine Brillen-Skin. Ja. Wieso hab ich denn so viele Brillen-Skins? Ey, also das waren jetzt so Brillen generell. Ach so. Wenn du stirbst, kriegst du jetzt mal, glaub ich, eine neue, ne? Ja. Ja, andere hier sind nur Skins, die werde ich gar weg. Ich glaube nicht, dass du dich brauchst. Was soll hier sind noch Handschuhe von dir? Sind zwar kaputt, aber... Rechts sind wir jetzt kaputt, mittlerweile. Hm. Ja, komm, weg damit. Ich kann's so reparieren? Ach, dann brauch mal Leder für und ich glaub, da bin ich eh nix. Dann geh ich nen großen Bogen, ich weiß nicht, wo der ist. Da unten war der irgendwo. Ist der Strand runter? Dann geh ich an dem Strand vorbei. Hier ist grad runter. Ja, ganz hinten ist der jetzt. Hä? Wir sind ja so schnell nach Benken gekommen. Pass mal auf, geh jetzt runter und dann steht er auf einmal genau vor mir. Wir suchen eigentlich, suchen wir jetzt. Warum müssen wir jetzt genau hier, wo ich runter wickele? Was soll denn der Scheiß? Toll. Hä? Bio-Töte den mal. Ja. Ich hab gar nichts. Absolut gar nichts. Ich hab keine Waffe. Was stell du denn jetzt hin? Doch, da wüsst du hab ich. Was? Ich bin grade Schildkröten am suchen. Ja, ich suche. Ach, da hinten bist du. Wollt doch mitsuchen, du Nuss. Ich bin nur ganz weit außen gelaufen. Ja, ich bin... Ja, so weit außen brauchst du auch nicht. Nee, ich hab mich gekillt. Ich geh ganz groß. Strand vorbei. Habt kein Bock drauf. Jetzt ist hier gar kein Viech mehr, oder wat? Ah, doch, die Spuckis. Ah, die Spuckis laufen sich schon nicht alleine. Hab ich auch gerade platt gemacht. Die gehen ja eigentlich. Ja, ja. Du. Pidenrund. Tut und du sein. Hier, warte. Hier. 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 Sag doch mal die Richtung. Ach, da. Sag doch mal die Richtung. Ja, hinter mir, hinter dir. 45 Grad. Hinter mir vor mir. Habt ihr mich denn jetzt gesehen? So seid ihr denn? So seid ihr denn? Ich bin hier. Ich bin am Lager. Ich holt mir gerade Waffen. Ach so. Sprach ohne Waffen jagen. Ja, gebring dich. Nee, 100. 160 von denen Schettin. Oder... Kretin. Und ich hab 12. Bei uns rausgeklaut. Nein. Hab ich... Boah, ich hab zwei Echsen gekillt. Da... Nee, ne, unser... Unser Slug da noch. Also war das, was ich da gesammelt hätte. Also. Echst danach. Ja, toll. Ist ja nichts mehr. Muss mal warten. Hierher ist schon wieder blind. Eigentlich waren hier mal viele... Hier waren mal viele Schildkröten. Wo sind denn die hin, alle? Gefresst worden. Ich mein, ich war ja auch ziemlich viel jagen, ne? Als ich meinen Sattel gemacht hatte. Aber das war ein bisschen schon her, oder? Waren doch neu. Normalerweise. Eigentlich schon, ne? Oh, selbst diese Flugdinger sind gar nicht hier unglücklich. Ja doch, ich... Ich mein... Weil ich sehr begrüße. Ich hab ne Pistole dabei. Die Server-Tops, die bringen ja auch Warten, ne? Echt? Ja, aber die kriegst du schon wieder platt. Die, äh... Haben echt Mega-Kraft. Da musst du gucken. Das ist gar nichts mehr. Für den Leder. Gern mit denen einfach, wenn überhaupt, zum Lager. Und dann schießt das Viech da drauf. Ja, ja, aber... Hier ist er dran. Bis ich mal bei dir bin. Äh, bei unserem Lager, äh, sind... Hat er uns schon längst gekillt. Echt? Weiß wo ich bin? Laufkommen mit zwei, drei, drei, drei. Tops, hier lang. Echt? Hier ist ne Schildkröte. Hier ist ne Schildkröte. Hier ist ne Schildkröte. Wo? Ah, da. Was sind die aufgegabelt? Bio. Die waren da am Strand. Hä? Hä? Ah. Aua. Ich muss grad gucken, wie ich laufe. Ich hab dann nur die Steinfeiler, aber gut. Das soll gar nichts. Auch. Oh, da. Oh, da. Na. Oder hattest du was? Ja. Recht? Ja, vier. Vier, äh, kretin. Hm. Ist nicht so viel. Ne, ich hab grad'n Triceratops getötet und dem hat mir überhaupt nichts über. Das ist noch weniger. Ah, drei Keratin. Es ist etwas. Ja, hab ich A noch. Mein, so zweit, äh, Triceratops alleine. Vielleicht sag mal da oben mal hingehen, was so die Flugies, Flukies sind. Also die... Äh, diese Flug... Diggens. Ich sag mal mal hoch und gucken. Äh, äh, äh. Ich glaub, wir müssen... Ich seh schon jetzt gleich ein Raptor oder so. Und da war Alpha, ne? Ja. Sofort tot. Wo ist ein Raptor? Ne, ich sag gleich, ich seh schon, zack, Raptor oder so. Warte. Ich dachte, da wär's ein Raptor. Ne, schade, ihr seid noch nicht tot. Sag doch! Nein, ich sag schade, da wär's ein Raptor. Aber ich hab, er stimmt, ich hab eh keine Betäubungspfeile mehr. Ha, ha, ich hab ja alles verloren. Ich hab Betäubungspfeile. Ich komm nicht über die... Äh, stopp. Ja, ich seh's. Warte. Super, der hat meine Pistole. Ich treff den nicht. Der lässt ihn nicht treffen. Der hat aber meine Pistole. Die, der hinter der liegt? Achso. Der hat mich laut. Der hat mich laut. Der hat mich so. Alles noch. Ich mach jetzt schneller rein. Achso. Sag, das war's. Achso. Ein Schoß. Aber leider nicht die ganzen Kugeln dafür. Achso, für den Flugvogel. Ja, sicher. Ne, ne, dann, dann ist okay. Ich sag jetzt hier, für Jagd. Nein. Nein, dann mach ich mit der Ambrust. Die reicht eigentlich. Also hat das jetzt immer gereicht. Die Jagd wär ich bescheuert. Nein, Ian. Ähm, an dem, an dem, äh, weißt du noch, an diesem grünen Stein vorbei, äh, über dem Wasserfall. Mal eben was zu essen. An meinem Lagerfeuer vorbei quasi. Äh, das hab ich jetzt nicht gesehen. Ach, ich glaub, Fehl dürfte noch vielleicht wissen, wo das ist, sein Einsatz ist. Gerade die. Ja, ungefähr an dem Lagerfeuer. Wir sind nur nicht unten rum, sondern dann oben. Ja, ihr seid halt weiter, an dem grünen Stein, ich weiß wo, Johnny Mann. Wo ist denn der jetzt? Der war da gelaufen. Ja, danke, dass du mal wartest. Ich war gerade am Essen. Was frisst du auch jetzt um die Uhrzeit? Ich muss essen, sonst sterb ich. Hier, im Spiel. Hier übrigens zu essen bei. Außer Bären. Da ist ne Schildkröte übrigens am Strand. Ja, ich musste gerade mal eben Materialien holen. Meine Fresse. Wo ist die denn? Warte. Das ist kein Vogel in der Nähe. Aber ich hab zur Not ja. Ist Dola. Doch, da hinten ist einer. Seid ihr in dem Strand weitergelaufen, oder? Äh, ne, 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 ne. Wir sind, wir sind, ähm, hochgegangen. Hochgegangen. Ah, dein Dreh, Alter. Ich häng am Strand. Wart fest. Oh, ich hab ein Level ab. Ich hab nur zwei Steinfeile wiedergekriegt. Komische, nun Nahkampf, Nahkampf zählt da eigentlich mit den Handwaffen auch dann zusammen, ja, ne? Äh, Skorpions, Koppions, Koppions, Koppion, hinter uns. Oh, ich glaube, der hat dich auch ein Kieker? Ja. Ja, Ado. Ich glaub, was denn? Töten, der gibt Schick. Töte den! Töte den, aber lass dich nicht töten. Ja. Der ist 71. Oh, renn! Renn, Fee! Das schaffst du nicht. Das letzte Mal muss... Ich glaub, du bist tot, Fee. Ja. Fast. Nein. Na, die liegt ja schon. Alles klar, bin weg, ciao! Ja, renn mal lieber, ich bin hier hinten beim Stein. Ich weiß nicht, wie, wie ihr da hochgekommen seid. Wo bist du, an welchem Stein? Ich bin dran vorbei über das Wasser, richtig. Oh, ich kann sogar beim Bett respawn. Ja, ja. Ich weiß ja, wo ihr seid. Nee, hier unten. Warte. Oh, mein ganzes Salud... Oh, mein ganzes Salud...